Willkommen in unserem Expertenclub. Heute sprechen wir über das Profil Gellern 8000. Es ist ein 6 Kammer Fenstersystem. Erste Kammer, zweite, dritte große, vierte, fünfte und sechste. Mit einer Rahmenbreite von 74 mm. Es erfüllt alle Anforderungen der heutigen Fenstertechnik. Das System zeichnet sich aufgrund der Metallverstärkung im Flügel und im Rahmen durch eine besonders gute Statik aus. Das im Profil Gellern 8000 angewandte elegante, zeitlose Design erlaubt viele verschiedene Ausführungen aus einer umfangreichen Farbpalette. Beidseitig weiß, beliebige Farbe außen und die Innenseite weiß. Die selbe Farbe an der Außenseite, so wie an der Innenseite. Die innere Glasleiste tritt auf in zwei Variationen. Tief und abgerundet bei Zweifachverglasung, gerade und flach bei Dreifachverglasung. Das doppelte Dichtungssystem aus dem Material EPDM schützt wirksam gegen Lärm und garantiert eine bequeme und problemlose Nutzung der Fenster. Die neuartigen Beschläge bieten eine perfekte langjährige Nutzung auch unter schweren Bedingungen, extrem niedrigen und hohen Temperaturen. Mehr Infos zu Beschlägen in der Folge Beschläge, Verglasung, Sprossen. Ohne Zuzahlung nur bei Omnicorb. Beste Preise für Bögen, Dreiecke und Schrägen, kurze Wartezeiten, Montageanker, Aluminiumgriff. Danke für Ihre Aufmerksamkeit und bis zur nächsten Folge. Bis zum nächsten Mal.